Hallo zusammen, willkommen zurück zu Pandas, heute auch nochmal in Kombination mit SQL Alchemy. Und zwar, wir wollen dieses Mal den anderen Weg zurück machen, und zwar, wenn wir die Daten in eine Datenbank reingeschrieben haben, das haben wir ja letztes Video gemacht, machen wir dieses Mal das folgende, wir lesen die Daten aus der Datenbank aus. Aktuell einfache Integer-Werte, die wir hier verwenden können, aber natürlich geht das noch komplexer, das machen wir dann nächstes Mal. Heute, wie gesagt, bleiben wir bei diesen einfachen Werten hier. Okay, also, was müssen wir tun? Naja, wir müssen als allererstes Mal in unseren Python-Code wechseln. Und ich habe hier einen Teil schon mal übernommen, das ist der Teil mit SQL Alchemy, den wir schon das letzte Mal benutzt haben. Nämlich hier SQL Alchemy.CreateEngine und dann eben die Verbindung aufzubauen, das habe ich ja letztes Mal erklärt. Danach haben wir die Connection aufgebaut zur Engine, das heißt, wir bauen wirklich eine Verbindung zur Datenbank auf. Und hierauf können wir jetzt theoretisch Folgendes ausführen. Und zwar Res, also als Ergebnis einfach Result, über die Connection.execute. Ich kann hier jetzt SQL durchführen, also sowas wie SelectAllFromSimple. Und davon möchte ich ganz gerne PunktFetchAll ausführen. So, und das kann ich mit hier ausgeben lassen. Das ist das, was ich am Ende in meinen, ja, in meinen DataFrame reinhaben möchte. Also diese Daten hier 4, 46, 91, 13, 68, 89, das möchte ich am Ende nicht so drin haben, sondern in einem DataFrame. Jetzt weiß ich ganz genau, ich könnte hierüber über diese Connection auch einfach das Ganze über einen DataFrame reinpacken. Das heißt, wenn es bei euch irgendwie wirklich große Schwierigkeiten gibt, könnt ihr auch hier raus direkt einen DataFrame basteln. Das geht. Allerdings würde ich es euch erstmal nicht direkt empfehlen, denn es gibt eine bessere Variante. Wir schreiben uns hier einmal nochmal ganz kurz den TableName rein. Und unser TableName war hier simple. Und wir wollen hier rein dann das TableDataFrame bauen. Das TableDataFrame, nennen wir es einfach mal TableDF. Und sagen hier zu pandas.readsqlTable. So, das ist genau das Gegenstück zuletzt. Letztes Mal hatten wir hier das ToSQL, das Schreiben in eine SQL-Tabelle gemacht. Dieses Mal wollen wir das Ganze lesen. Wir sagen hier erstmal, welche Tabelle wir lesen wollen. Das ist Pflicht. Das ist der TableName. Den haben wir oben drüber definiert. Und wir brauchen eine Verbindung. Das ist unsere CON ist gleich ENGINE. Achtung, hier nicht die Connection verwenden, sondern die ENGINE verwenden. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Und das ist erstmal die einfache Variante, wie man das hier einlesen kann. Wir printen nochmal ganz kurz das TableDataFrame aus. Und tada, wir haben es fertig. Das heißt, wir haben hier sogar die richtigen Bezeichnungen dafür gehabt. Also A, B, C. Das haben wir nämlich hier oben nicht. Die fallen hier theoretisch weg. Hier haben wir die Bezeichnung von allem dabei. 4,46,91 ist die erste Zeile. Dann die zweite Zeile und so weiter und so fort. Also immer die Tupel sozusagen hierbei. So, und damit haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Zumindest bei so einfachen Werten. Jetzt geht es natürlich hier noch sehr, sehr viel komplexer. Und das würde ich zumindest gerne auch noch kurz anschneiden. Alles machen wir hier nicht. Nächstes Mal kommen wir nämlich noch kurz zu Daten. Aber trotzdem grundsätzlich mal hier kurz zu sagen, wie was geht. Das ist schon wichtig. Einmal könnt ihr natürlich hier auch wieder eine Index Column angeben. Wir haben in unserem Fall allerdings keinen Index. Deswegen gibt es das nicht. Aber der Index ist natürlich das hier vorne dann. Das heißt, wenn ihr hier keinen Index habt, dann also quasi in eurer SQL-Tabelle keinen Index habt, den ihr einlesen könnt, dann steht hier einfach nur 0, 1, 2 bis hin zu 99. Haben wir hier aber auch gemacht. Also wir haben hier den Index auf False gesetzt. Man kann hier auch einen Index angeben und dann kann man den hier auch wieder auslesen. Macht aber in unserem Fall erstmal keinen Sinn. Kann man aber machen. Wir können zudem wieder die Chunk-Size angeben und die setzen dann wieder auf 500. Das ist einfach nur, damit wir nicht alles auf einmal bekommen, sondern dass es immer kontinuierlich ein bisschen was ist. Und als allerletztes, was ich euch zeigen möchte, dass es definitiv sehr nützlich sind, die Columns. Columns ist in dem Fall eine Liste an Dingen. Das heißt, ihr könnt hier auswählen, was ihr gerne haben wollt. Und hier mal als kleines Beispiel. Wir bauen uns jetzt was zusammen, was nur aus Tabelle oder Spalte A und C besteht. Spalte A und C, das heißt B bleibt raus. Naja, wie sieht das dann wohl aus? Dürfte fast schon klar sein, wie das dann aussieht. Ach ja, das ist jetzt dann nur noch ein Generator. Da kriegen wir dann einen Generator wegen eben der Chunk-Size hier raus. Die lassen wir jetzt einfach mal hier weg. Muss man auch tatsächlich gar nicht so unbedingt machen, in dem Fall jetzt gerade so. Und jetzt, also wenn euer PC überlastet ist, wenn es zu viel RAM ist oder sowas, dann arbeitet gerne mit der Chunk-Size. Aber in unserem Fall ist das, glaube ich, kein Problem hierbei. Deswegen brauchen wir hier keinen Iterator. So, und wenn wir jetzt natürlich Columns A und C angeben, ist klar, dann bekommen wir hier eben nur die von A und C. Die Spalte B wird dann einfach rausgelassen. Somit kann man gleich quasi die Tabelle ein bisschen entspannen oder auch die Datenbank ein bisschen entspannen, sodass eben nicht alles auf einmal kommt. Einen besonderen Stellenwert haben eben aber auch Daten und Uhrzeit. Und das machen wir nächstes Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020